Wir stellen vor, die Netgear ProSafe M4200 Intelligent Edge Reihe. Der ProSafe M42100 10 Gigabit PoE Plus Managed Switch wurde von Grund auf neu entwickelt, um die Installation von Wave 2 11AC Access Points zu optimieren. Mit 8 Full Power PoE Plus und Multispeed 1 Gigabit, 2,5 Gigabit Ports für Legacy 100 Meter Verkabelung kombiniert mit zwei 10 Gigabit Uplinks für einen Fully Non-Blocking Einsatz von 8 Wave 2 11AC Access Points jedes beliebigen Herstellers. Schlankes Design mit nur 10 cm Bautiefe und Montagezubehör ermöglichen die optimale Platzierung von Access Points und effiziente Verkabelung. Erfahren Sie mehr unter netgear.de Platzierung von Access Points Rekabelung Rekabelung Rekabelung